Heute ist beim Wetter in Deutschland Rambazamba angesagt. Es gibt nicht nur Schauer, heute Nachmittag treten sogar Gewitter auf, wenn von Westen die Kaltfront vom Tieflasse vorüberzieht. Darin eingelagert kommt es zu Sturmböen, zu Starkregen und das Risiko für die Bildung von Tornados ist heute besonders erhöht. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Donnerstag hier bei wetter.net. Aber nicht nur heute, auch morgen geht es rund am Freitag. Da kommen neue Schauer und Gewitter und vor allen Dingen im Südwesten droht auch neuer Sturm. Doch der Reihe nach. Schauen wir uns erstmal die Bilanz an im März bisher bis einschließlich gestern. Wir haben eine mittlere Temperatur von 5,3 Grad Celsius, liegen rund 2,1 Grad über dem neuen Klimamittel drüber und 0,7 bis 0,8 Grad über dem alten Klimamittel. Auf jeden Fall ist dieser März sehr nass gewesen. Es war einer der nassesten Märzmonate seit einigen Jahren. Ja und dieser Regen tut natürlich der Natur so richtig gut. Doch der Blick auf den heutigen Donnerstag gerichtet. Heute Vormittag, da gibt es schon die ersten Schauer. Die ziehen hier von Westen heran aus Frankreich, Benelux und da kann es zum Teil schon erste Gewitter geben. Bei diesen Gewittern Richtung Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Baden-Württemberg und Hessen. Da treten auch stark Regenfälle auf. Da kann es zu Sturmböen kommen. Das Ganze verstärkt sich zum Mittag, wenn die Kaltfront von Tieflasse vorüberzieht. Die bringt dann zum Teil kräftige, eingelagerte Gewitter. Auch hier wieder starker Regen, stürmischer Wind mit dabei und eben ein erhöhtes Risiko für die Bildung von Tornados. Ziemlich früh in diesem Jahr. Wir schauen auf den Donnerstagnachmittag, auch da insgesamt sehr wechselhaft. Der Schwerpunkt dann Richtung Osten und teilweise hier im Süden des Landes verbreitet Gewitter. Das sind hier die roten Zacken und sonst immer wieder Schauer dahinter. Da lockern die Wolken auch immer wieder mal auf und machen der Sonne Platz. Es ist im Grunde typisches Aprilwetter, was uns da erwartet. Das Ganze sieht aus hier so wie auf dem Streuselkuchen. Die Streusel auf dem Kuchen, überall kleine Schauer und Gewitter. Das ist die Wetterkarte ebenfalls von heute Mittag vom europäischen Wettermodell. Und da sieht man sehr schön, ein Schauer nach dem nächsten zieht von West nach Ost über Deutschland hinweg. Und die Isobaren, die Linien gleichen Luftdrucks sind sehr eng zusammen. Das heißt, da ist auch sehr viel Wind mit im Spiel. Und das können wir hier sehen auf der Wetterkarte für den heutigen Nachmittag vom deutschen Wettermodell. Da ist viel Wind zu erwarten. Teilweise Böen in tiefen Lagen um die 70 bis 80 Kilometer pro Stunde. In den höheren Lagen beispielsweise Richtung Schwarzwald auch 100 bis 110 Kilometer pro Stunde. Dort sind also teilweise auch orkanartige Böen möglich. Da muss man heute Nachmittag aufpassen. Hier und da können Äste abbrechen oder auch mal Bäume umstürzen. Kann natürlich hier und da zu Behinderungen führen auf den Straßen oder auf den Bahnverbindungen. Wir schauen auf die Großwetterlagenkarte von heute Mittag. Und da sehen wir das Tief Lasse mit seiner Kaltfront. Und die brettet heute Nachmittag vorüber. Und die bringt dann in diesem Bereich diese kräftigsten Schauer und Gewitter. Und dahinter kommt morgen schon das nächste Tief herangezogen. Das ist das Tief Markus. Eine ähnliche Aussehung wie Lasse auch wieder neue Schauer und Gewitter. Bevor es dann zum Samstag, Sonntag langsam etwas ruhiger wird. Heute aber sehr unruhig. Vor allen Dingen zum Nachmittag immer wieder Schauer und Gewitter. Es bleibt aber sehr mild. Gestern gab es bis zu 20 Grad hier im Südwesten. Heute maximal die Werte 16 Grad. Das höchste der Gefühle vielleicht noch eine 17 Grad Richtung Breisgau. Aber eben immer wieder Schauer und Gewitter regional richtig kräftig. Auch in der kommenden Nacht viele Wolken, einzelne Regenschauer. Und die Temperaturen, die gehen bis morgen früh auf 9 bis 6 Grad zurück. Morgen am letzten Märztag nochmal ordentlich Rambazamba in der Wetterküche. Temperaturen so um die 11 bis maximal 14 Grad im Tagesverlauf aufgrund von Tief Markus. Neue Schauer und Gewitter. Und vor allem hier im Südwesten ist richtig viel Wind mit dabei. Da drohen schwere Sturmböen. Das gucken wir uns gleich mal auf einer anderen Wetterkarte an. Und dann beginnt der April. Insgesamt sehr durchwachsen. Im Norden Schnee, Regen, Graupelschauer. Das war ein Thema am Samstag. Ansonsten meist nur Regenschauer. Aber deutlich kühler. Gerade mal noch plus 4 bis plus 11 Grad. Und auch Palmsonntag eher leicht unterkühlt, würde ich es mal nennen. Die Tageshöchsttemperaturen 5 bis maximal 10 Grad. Nach Norden mehr Sonnenschein als im Süden. Hier dominieren meist die Wolken. Richtung Alpenrand kann es stellenweise auch Regen geben. Die Nacht zum Montag wird frostig. Verbreitet leicht der Frost. Und dazu war am Tag recht viel Sonnenschein. Die Temperaturen kommen aber kaum in die Höhe. Sie erreichen 7 bis 12 Grad. Und so geht es auch am Dienstag weiter. Ein Mix aus Sonne und Wolken. Temperaturen so 9 bis 12 Grad. Nur im Südwesten Richtung Oberrhein wird es ein bisschen milder werden. Mit Temperaturen bis zu 14 Grad. Es bleibt überwiegend trocken. Ja, wie geht es nun weiter bis Karfreitag? Es bleibt insgesamt so ein bisschen wechselhaft. Die Temperaturen steigen an. Am Mittwoch 8 bis 14 Grad. Am Donnerstag am Gründonnerstag 9 bis 15 Grad. Und der Karfreitag, der bringt einen Mix aus Sonne und Wolken und einzelnen Regenschauern. Das Ganze bei Temperaturen um die 11 bis 16 Grad. Und jetzt die spannende Frage. Was bringt uns das Osterfest? Das schauen wir uns hier auf dieser Wetterkarte an. Naja, das sah gestern schon mal ein bisschen freundlicher aus. Da sollte ja das Hoch von den britischen Inseln zu uns nach Deutschland reinkommen. Tut es immer noch. Zumindest am Ostersonntag und am Ostermontag. Aber wahrscheinlich kommt es nur bis zur Landesmitte voran. Im Osten dagegen und hier im Südosten dominieren auch am Ostersonntag nach dem aktuellen Stand eher die Wolken. Und die können teilweise Schneeregenschauer bringen, Graupelschauer, während nach Westen meist die Sonne scheint. Hier gutes Wetter zum Ostereier suchen. Ähnlich auch der Montag im Westen freundlicher als im Osten. Die Temperaturen am Karsamstag 8 bis 13 Grad. Am Ostersonntag 7 bis 12 Grad. Und der Ostermontag würde demnach 7 bis 13 Grad bringen. Also keine großen Temperatursprünge nach oben. Kein sehr warmes Frühlingswetter. Zumindest nicht nach dieser aktuellen Prognose. Und vor allen Dingen in frühen Morgenstunden vom Ostersonntag kann es auch hier im Westen nochmal frostig sein. Also leichter Frost wäre hier durchaus möglich. Noch zurück zum aktuellen Wetter. Nicht nur heute Nachmittag geht es rund, auch morgen Nachmittag. Das hier ist die Wetterkarte für Freitagnachmittag. Und wir sehen hier überall in Deutschland Schauer. Schauer sind diese kleinen Dreiecke auf dem Kopf. Und das andere hier, diese Punkte, ist der Regen. Und diese roten Zacken, das zeigt Region, dort könnte es vermehrt zu Gewittertätigkeit kommen. Also auch morgen sind Gewitter in Deutschland verbreitet. Wieder ein Thema. Wieder garniert mit Sturmböen und mit Starkregen. Ja und der stärkste Wind, der ist morgen sehr wahrscheinlich hier im Westen. Und vor allen Dingen im Südwesten zu erwarten von Nordrhein-Westfalen, besonders über Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen bis runter nach Baden-Württemberg und bis rüber nach Bayern. Da kann es schwere Sturmböen geben, auch in tiefen Lagen zum Teil um die 90 bis 100 Kilometer pro Stunde. In den Hochlagen der Mittelgebirge regional auch 100 bis 110 Kilometer pro Stunde. Deutlich ruhiger bleibt es hier im Norden und hier im gesamten Nordosten, aber auch hier teilweise im Osten des Landes. Ja und dann kommt der Frost zurück am Montagmorgen. Da können wir hier und da schon wieder Scheiben kratzen. Das hatten wir auch schon seit Tagen hier im Programm. Am frühen Montagmorgen die Temperaturen zwischen plus 2 und teilweise minus 3 bis minus 4 Grad am Alpenrand bis zu minus 6 Grad. Da ist es also richtig kühl, der Spätwinter. Er will noch nicht wirklich locker lassen. Und dazu nochmal der Blick auf die Ensemble-Prognose. Fast schon bis Mitte April. Und ja, es geht wirklich griechend nach oben mit den Temperaturen, beziehungsweise erst mal nach unten. Aktuell bis zu 15 Grad Richtung Wochenende, gerade mal im Norden so 6, 7 Grad. Und dann griechen wir Richtung Ostern, Richtung 10 Grad Marke im Mittel. Aber die Niederschläge werden auch immer geringer. Wir schauen nach Westdeutschland. Hier die gleiche Wetterentwicklung. Es wird kühler zum ersten April-Wochenende. Und dann Richtung Ostern ganz langsam etwas wärmer. Also da tut sich erst mal nicht wirklich viel in Sachen Frühlingswärme. Und der Niederschlag wird langsam etwas reduziert zu den Osterfeiertagen. Und der Blick nach Ostdeutschland. Auch hier die gleiche Wetterentwicklung. Heute Temperaturen so bei 15, 16 Grad. Vielleicht auch mal die 17 Grad. Und danach wird es schon wieder zum Wochenende kühler. Knapp unter 10 Grad. Im Mittel bleiben wir auf diesem Niveau bis Ostern. Vielleicht mal 11 oder 12 Grad. Oder auch 13 Grad. Aber so 15 bis 20 Grad. Wird es wohl zu Ostern im Osten wie auch im Rest des Landes eher nicht geben. Die Niederschläge lassen aber auch hier Richtung Ostern langsam nach. Und wir schauen nach Süddeutschland. Auch hier verbreitet nächste Woche Nachtfrost ein Thema. Das sehen wir hier. Da geht das Temperaturmittel immer wieder mal in den leichten Frostbereich runter. Richtung Ostern um die 10 bis 11 Grad. Es gibt zwar ein paar Ausreißer bei 20 Grad. Aber das Mittel bleibt eher bei 10 bis 11 Grad hängen. Und die Niederschläge lassen Richtung Ostern langsam nach. Und zum Schluss noch der Blick auf die Landesmitte. Auch hier gibt es nichts Neues zu berichten. Zunächst mild 15, 16 Grad zum Wochenende. Deutlich kühler. Nur 5 bis 7 Grad am Tag. Nachts leichter Frost. Und danach dümpeln wir so dahin Richtung Osterfeiertage. Und auch bis Monatsmitte wird es nicht so richtig warm werden. Nur ein paar Ausreißer sind mit dabei. Die zeigen mal so knapp 20, 21 Grad. Aber das Temperaturmittel. Und auf das kommt es ja an hier. Das ist hier zu sehen. Die rote Linie. Das bleibt so um die 10, 11, 12 Grad hängen. Also auch damit ist nicht wirklich ein Blumentopf in Sachen Frühling zu gewinnen. Zum Schluss noch der Blick auf die neueste Prognose für den April 2023. Die Temperaturabweichung. Da hat sich nichts Neues mehr ergeben. Alles weiß über Deutschland. Das heißt weder deutlich zu warm, aber eben auch nicht deutlich zu kühl. Ein völlig normaler April wird hier von dem CFS-Modell erwartet. Es geht also erstmal relativ spannend weiter. Vor allen Dingen heute und morgen. Da gibt es Rambazamba mit kräftigen Gewittern, mit Starkregen, Sturmböen. Dann eine leichte Wetterberuhigung. Frost nochmal zum Montag, Dienstagmorgen. Ja und danach dümpeln wir so Richtung Ostern mit der Chance auf mehr Sonnenschein im Westen. Aber immer noch etwas Schneeregen im Osten. Das war es vom Wetter. Einen schönen Tag. Tschüss, bis bald.